Hey Leute! Ja, ich lebe noch, offensichtlich. Ich habe lange Zeit kein Video mehr hochgeladen. Ich weiß, ich habe versprochen in meinem letzten Video, ich mache ein ganz großes Ding draus und filme den Flug und filme die Orientation Week und all das. Aber dann gab es ein paar Komplikationen. Und zwar, ich fange mal am Anfang an. Der Flug war überbucht und ich habe eingecheckt. Sechs Stunden vor Abflug oder was. Und dann stand auf meinem Flugticket drauf, dass ich auf der Warteliste bin. Und alle anderen aus meiner Gruppe, mit denen ich geflogen bin, also ich bin mit sieben Leuten, glaube ich, geflogen, hatten halt alle einen Platz. Und ich so, hä, was, wie? Und bin halt zu so einem Infotypen da, der da stand, hin und meinte, ja, was heißt das? Und er so, ja, am Gate helfen die dir weiter und so. Und okay, dann haben wir gewartet, bis unser Boarding war. Und dann waren halt am Ende alle drin, außer mir und, glaube ich, noch zwei anderen. Und ich mega geschockt und wie? Ich kann ja jetzt nicht mitfliegen. Alle sitzen im Flugzeug, außer ich. Und was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Und dann habe ich halt meinen Eltern geschrieben. Mein Papa hat die Organisation angerufen, die Organisation hat mich angerufen. Dann habe ich natürlich total in Tränen aufgelöst, habe die an den Schalter da ans Gate weitergegeben. Und die von der Organisation haben das halt dann geregelt, dass ich auf dem Flug mit dabei sein muss. Und dass das halt von der Regierung von der Amerikanischen vorgegeben ist, diese Orientation Week. Dass ich halt keinen Tag verpassen darf und so. Und dann meinten die, ja, wir haben Platz für dich. Und ich war da so, ich konnte gar nicht mehr aufhören zu heulen, weil ich dann einfach nur noch vor Glück geheult habe. Und weil ich einfach so erleichtert war. Und dann ist mir auf der Rolltreppe runter zum Flugzeug da, ist mir dann auch noch mein ganzes Zeug runtergefallen. Und ich hatte voller Angst, dass mein Reisepass und so meine ganzen Papiere irgendwie in der Rolltreppe irgendwie so dazwischen geklemmt werden. Ich habe irgendwie alles versucht aufzuraffen. Und ich war, ich war so durch, ey. Und dann kam ich halt da ins Flugzeug rein und am Heulen, am Heulen, am Heulen. Ich konnte einfach nicht mehr aufhören. Und die so, oh mein Gott, was ist passiert? Und ich habe dann nur mein neues Sitz, meine Platznummer gesagt. Ich glaube, B12 oder so. Und dann mein, ach ja, vorher noch. Und zwar, ich habe ein doppeltes Upgrade bekommen. Das heißt, normalerweise wäre ich Econ Mini geflogen. Bin aber dann Business Class geflogen. Und ich meinte, als sie mir halt gesagt haben, ja, dass ich Business Class fliege, meinte ich so, ich will aber gar nicht. Ich will lieber mit meinen Freunden fliegen. Also, jedenfalls, ich war dann im Flugzeug und die haben mich an meinen Platz gebracht. Und ich saß im Doppeldecker, ganz vorne, direkt hinterm Cockpit, auf der rechten Seite am Fenster. Also, richtig geiler Platz auch noch dann bekommen. Und ich habe erstmal irgendwie nur meine Sachen weggetan und war am Heulen und am Heulen. Und habe mich dann langsam wieder beruhigt. Und ich habe mir erstmal ein Glas Wasser. Und richtig, richtig lieb. Und der Mann, der neben mir saß, der ist, der arbeitet irgendwie auf der Fashion Week oder was, war Deutscher und Familienvater und hat sich dann halt ganz lieb um mich gekümmert. Also, viel Flieger und kennt das halt alles. Das war für den ganz normal. Und ich bin noch nie Business Class geflogen. Und ich bin noch nie so einen Langstreckenflug geflogen. Und, ähm, ja. Und dann hat er mich erstmal beruhigt. Und auf mich eingeredet. Und, ähm, dann gab es halt, äh, Essen. Und das war so ein Drei-Gänge-Menü. Und total fancy Zeug. Und, äh, ich wusste bei der Hälfte gar nicht, was das überhaupt ist. Und, äh, man konnte sich das halt aussuchen. Also, wie auf den normalen Billingplätzen halt auch. Ähm, ähm, aber wir hatten halt so richtig Speisekarte. Und zu jedem Gang konnte man sich ein Wein aussuchen und all das. Und, ähm, ja. Dann bin ich, äh, habe ich mir halt so die relativ normalen Sachen ausgesucht. Und, äh, das war alles mega lecker. Und, ja, Business Class halt. Und, ähm, ja. War dann auf jeden Fall doch am Ende eigentlich ein ganz guter Flug. Und, ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und das ist was, was ich, glaube ich, niemals vergessen werde. Einfach auf diesem Schock, dieses Glück und, aha. Ähm, ja. Und die Orientation Week, ähm, es war eigentlich wirklich nur von morgens bis abends Vorträge. Ähm, also wir saßen da von 8 bis 1, glaube ich. Äh, waren Vorträge, dann Mittagspause. 45 Minuten oder eine Stunde irgendwie so. Und, äh, dann wieder Vorträge bis abends um 5 oder was. Und, ähm, waren wir noch, ähm, auf einer Sightseeing-Tour in New York. Weil die Orientation Week war ja in New York. Und das war eigentlich ganz cool. Nur, dass wir alle mega müde waren, weil wir halt schon den ganzen Tag Vorträge hatten. Und die, ähm, das war halt abends, äh, nach, also um 16 Uhr sind wir losgefahren. Um, äh, ich glaube, 10 Uhr oder was sind wir nachts wiedergekommen. Und, äh, wir waren natürlich alle mega fertig. Aber es war schön. Und, ähm, ich hab ein paar Bilder gemacht. Ich hab bestimmt, ich müsste die auch eigentlich alle auf Instagram gepostet haben. Also, wenn ihr wollt, mein Instagram-Account ist unten verlinkt. Guckt da mal rein. Ähm, einfach auf meiner Chronik, da müssten die ganzen Bilder sein. So von den, von den letzten Wochen und vom Flug auch. Und von der Orientation Week und sowas. Ähm, sind da halt Bilder. Ähm, und halt so von den letzten Wochen hier. Ähm, ja. Und dann ging es weiter nach vier Tagen zu meiner Gastfamilie. Und, äh, das, also, die haben mich vom Zug abgeholt. Äh, das alte Au-pair, die Mama und noch eine von den Zwillingen. Und, äh, das war echt lieb und mit Luftballons und, äh, also, wirklich, wirklich lieb. Und, ähm, dann sind wir halt nach Hause gefahren. Und auf der Fahrt meinten sie, äh, ja, übrigens, wir ziehen in einem Monat um. Ich so, was? Ja, und, ähm, dann, äh, ist die Familie, äh, Familie allerdings am nächsten Tag, äh, weggefahren übers Wochenende. Also war ich das Wochenende das erste mit dem, äh, alten Au-pair, ähm, alleine. Und, äh, das war aber auch voll okay. So konnte sie mir halt alles zeigen und ich konnte mich ein bisschen einleben. Und, äh, sie hatte direkt, äh, schon an dem, äh, also, ich bin Donnerstag nach Hause. Nachts angekommen und Freitagsabends hat sie schon alle anderen Au-pairs von ihrer Freundeskreis hier, ähm, eingeladen, dass die alle vorbeikommen, wir zusammen Film gucken und sowas. Und, äh, das war echt cool und, ähm, es hat echt Spaß gemacht. Und, ähm, ja, sie war dann noch eine Woche mit mir da, hat mir halt alles so gezeigt und von wegen Autofahren und so. Ich fahre so einen ganz großen weißen Van, ähm, und, ja, das war, ähm, alles mega spannend. Und, äh, dann eine Woche später sind wir in Urlaub gefahren. Äh, an der, ähm, in North Carolina, an der, äh, an den Outer Banks. Äh, da waren wir im Urlaub, also Strandurlaub. Und war auch schön, ähm, wir waren da noch mit zwei anderen Familien und, äh, hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Und dann, äh, war ein paar Wochen später dann auch schon Schulanfang für die Kinder und ich hab mich beim College angemeldet und im Fitnessstudio hier und so, ähm, weil man muss hier echt viel Sport machen, weil irgendwie, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber hier haben die normalsten Sachen so viele Kalorien. Also, wir als hätten so, so eine Instant-Tüte mit Kalorien, die einfach immer nur ins Essen kippen. Ähm, also zum Beispiel ein Käsekuchen, ein Stück Käsekuchen im Restaurant, 800 Kalorien. So viel hat normalerweise eigentlich nichtmals ein ganzer Käsekuchen. Und diese Stücke sind diese ganz normalen, kleinen Stücke, die man halt so isst. Ähm, und hier stehen überall in den Speisekarten stehen die Kalorienanzahl. Ähm, also wie viel Kalorien das Gericht hat. Das ist auch irgendwie, also das ist hilfreich, weil, äh, dann weiß man wenigstens mal, wie viel Kalorien man da zu sich nimmt. Und zum Beispiel Cheesecake Factory hier, ähm, ein Teller Nudeln mit Soße und als Nachspeise ein Stück Käsekuchen, ähm, isst man schon knapp bei 2500 Kalorien. So viel sollte man am ganzen Tag zu sich nehmen. Und, ähm, ja, das ist echt krass. Und, äh, ja, jedenfalls, ich hab mich beim College angemeldet und, äh, bin jetzt da bis, bis, äh, Mitte Dezember geht mein Kurs. Und ich bin in einem Kunstkurs, hab ich mir ausgesucht, weil ich halt in der Schule auch immer gut in Kunst war. Und, ähm, dann hab ich mir gedacht, ja, wieso nicht? Und das macht ja Spaß und ich muss die Stunden ja sowieso machen. Also ich brauch 72 Stunden, ähm, Schule, halt, College. Äh, das ist halt vorgegeben von der Regierung. Ja, und es macht mega Spaß. Also meine Aufgaben sind eigentlich, äh, also die erste Zeit war das, äh, noch die Wäsche waschen von den Kids, kochen, Frühstück machen, wecken, äh, zur Schule fahren, zur Schule abholen, äh, von der Schule abholen, all, all diese Sachen. Und, ähm, mittlerweile machen die Kids aber ganz viel selbstständig. Ähm, also zum Beispiel jetzt, wo wir halt umgezogen sind, ähm, machen sie ihre Wäsche selbst. Äh, ich brauch sie nicht dran zu erinnern, dass sie ihr Zimmer aufräumen sollen. Ich denk mal, dass es einfach, weil alles neu ist und sie wollen es halt hübsch lassen. Ähm, sonst, äh, die Zwillinge hatten noch ihre Bad Mitzwa. Äh, ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was es ist. Also meine Familie hier ist jüdisch, ähm, die leben jetzt nicht Kosche oder irgendwie sowas. Also Kosche ist so, ich glaub, Wurst und Käse getrennt oder irgendwie sowas. Ähm, und gehen auch nicht irgendwie jeden Sonntag in die Synagoge. Also, naja, Synagoge ist hier samstags oder freitags. Irgendwie so. Ähm, aber, ja, die haben halt, Bad Mitzwa ist so Konfirmation. Also die haben das halt mit 13 auch. Und, äh, das war halt ein Riesen-Event. Also über 200 Gäste und, äh, DJ und, äh, MC. Also so ein Showmaster ist das, glaub ich. Äh, also so ein Entertainer. Und, äh, riesengroß. Aber, ähm, es war echt schön. Aber vorher war natürlich Megastress. Die Mutter ist am Rad gedreht, wie sonst was. Dass alles perfekt sein muss und so. Und, ja, war es dann am Ende auch. Und es war eine echt schöne Feier. Und eigentlich ging das alles so relativ über drei Tage. Also, freitagabend, es war so Dinner mit Freunden, Familie. Samstag morgens war halt der Gottesdienst. Der ging dreieinhalb Stunden. Drei Stunden, irgendwie so. Ähm, dann war Mittagessen. Und dann abends die Party. Und am nächsten Morgen war da noch Brunch hier bei uns. Äh, auch wieder halt so mit Familie und Freunden. Und, ja, wir waren echt fertig. Ich hab Sonntag, äh, ab Nachmittag dann schon geschlafen. Ähm, aber, also, was, was mega komisch war für mich. Die Party ging bis elf. Und um elf war es einfach vorbei. Da sind dann alle nach Hause gegangen. Und, normalerweise fängt ja eine Party um elf Uhr. Das war erst so gerade so ziemlich an. Und das war mega komisch irgendwie. So um elf Uhr, wenn es gerade so relativ gut wird, von der Party wegzugehen und nach Hause zu fahren. Ähm, ja, das war komisch. Ähm, und sonst ist jetzt alles wieder relativ normal. Und, ja, ja, und sonst, ähm, ich versuche relativ ab und zu mal ein Video hochzuladen. Also, mit Filmen ist hier halt so eine Sache. Weil wegen, hier kann man halt schnell für alles verhaftet werden. Und, ähm, deswegen will ich jetzt nicht so unbedingt auf einer Straße filmen oder so. Ähm, und im Haus zu filmen und meine Familie und so. Nee, besser nicht. Ähm, also ich werde euch ab und zu mal so Updates geben. Ähm, wie, wie, was ist, was wann ist. Ähm, ihr könnt mich auf jeden Fall immer auf Instagram verfolgen. Ähm, der Link ist unten in der Beschreibung. Da kommen auf jeden Fall öfters mal Bilder. Ähm, da kommen, da könnt ihr auch halt die ganzen Bilder so von den letzten Wochen, was so passiert ist und so, angucken. Und, ähm, da kommen auch eigentlich besonders nächste Zeit, jetzt, wo jetzt Halloween kommt. Ja, deswegen guckt einfach mal und auf meiner Facebook-Seite auch Link unten in der Beschreibung. Ähm, schreibe ich auf jeden Fall, wenn mal wieder ein neues Video kommt oder wann oder was. Und, äh, falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir einfach unten in die Kommentare. Ähm, ich beantworte die dann so schnell wie möglich. Ähm, und sonst könnt ihr mir auch auf meiner Facebook-Seite schreiben. Und, ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!